6 Gründe, warum ihr in Diablo 4 zu wenig Schaden macht. Ihr habt vielleicht Probleme, wollt weiterkommen? Ich helfe euch, bleibt dafür unbedingt dran. Liebe Leute, mein Name ist Fragnath, hier dreht sich alles rund um Gaming, wie zum Beispiel Diablo 4 in den letzten Wochen und Monaten. Ich würde mich freuen, euch hier dauerhaft zu begrüßen. Und wir gehen sofort auch rein in dieses wunderbare Thema. 6 Gründe, warum ihr eventuell zu wenig Schaden macht. Wir gehen ein auf jeden Fall auf additiven, multiplikativen Schaden. Wir sprechen über vor allem Off-Hands, Paragon-Builds, Perks und Items. Fehler Nummer 1, ihr kennt noch nicht den Unterschied zwischen additiven und multiplikativen Schaden. Was ist das eigentlich? Additiver Schaden sind eigentlich die meisten Schadensperks, wenn da irgendwie steht, mehr Schaden. Ihr müsst ja einfach wissen, es wird additiv auf euren Schaden draufgerechnet. Hingegen multiplikativer Schaden ist deutlich besser und deswegen absolute Prio Nummer 1. Was ist denn multiplikativer Schaden? Kritischer Trefferschaden, der ist immer multiplikativ. Ebenso gilt das Ganze für den Überwältigungsschaden und den Schaden gegen verwundbare Ziele. Das sind also mega, mega gute Stats. Auch alle Perks mit einem X markiert sind multiplikativ. Ihr zum Beispiel eingeprägt verursacht 24% mehr Schaden. Da wird also euer Schaden genommen und mit 1,24 multipliziert bedeutet 24% kommen on top. Anders wiederum wäre es, wenn das ein additiver Schaden wäre, dann wäre der Grundschaden erhöht, aber nicht um 24%. Den Unterschied sollte man auf jeden Fall kennen. Das ist ein bisschen komplizierter. Für euch könnt ihr am besten wissen, wenn ihr die Wahl habt zwischen kritischem Trefferschaden, verwundbaren Schaden, Überwältigungsschaden und solchen Perks, die hier multiplikativ sind, wie zum Beispiel mehr Schaden bei Barriere, dann entscheidet euch auf jeden Fall dafür und nicht gegen andere Dinge. Äh, nicht für andere Dinge. Punkt Nummer 2. Offense. Offense sind auf jeden Fall extrem unterschätzt. Und gerade auch zum Beispiel beim Barbaren oder so oder bei Klassen, die generell Waffen haben, die nicht die ganze Zeit aktiv sind. Der Zauberer ist ein relativ schlechtes Beispiel. Der Jäger zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ja, die Perks, die gelten auch. Achtet also auch bei Offense auf den richtigen Pick. Achtet darauf, dass ihr die richtigen Eigenschaften habt. Jede Waffengattung hat ja einen eigenen festen Perk. Zum Beispiel hier bei mir der Fokus, der hat immer Abklingzeitreduktion oben, nicht immer 10%. Und Dolce, die haben zum Beispiel immer mehr Schaden gegen Gegner in der Nähe. Das bedeutet übrigens nicht, dass nicht weiterer Schaden gegen Gegner in der Nähe nochmal draufrollen könnte. Und bei Stäben ist es zum Beispiel einfach mehr Schaden gegen Gegner, die mit Kontrollverlust-Effekten belegt sind. Fehler Nummer 3. Ich habe das wirklich von einigen von euch schon gelesen in den Streams in letzter Zeit. Ihr seid Level 50, schafft aber noch kein WT3. Und dann ist es wirklich erstmal angezeigt, Paragon neu zu setzen. Durch ein Respeck des Paragon-Boards könnt ihr teilweise deutlich mehr Schaden aus eurem Charakter rausholen. Auch denkbar wäre es zum Beispiel, dass ihr die Glyphen an eine andere Stelle setzt, wo zum Beispiel dann... Ja, es gibt ja immer eine Voraussetzung, damit der eben der Effekt zieht, dass ihr zum Beispiel an eine andere Stelle eure Glyphe setzt, die an der Stelle zwar die stärkste zum Anfang war, aber jetzt an einer anderen Stelle im Paragon-Board deutlich besser performen würde. Deswegen auf jeden Fall das gerne dann umsetzen, damit ihr eben keine Probleme habt. Und Paragon-Board, das kann wirklich den Schaden easy verdoppeln. Das ist durchaus denkbar, dass ihr euren Schaden jetzt schon ohne weiter zu farmen, einfach nur durch das Rückskillen der Punkte, was übrigens sehr, sehr nervig ist, komplett verbessern könnt. Ja, und Fehler Nummer 4, der bringt uns natürlich in den Fertigkeitsbaum. Ihr habt vielleicht euren Build nicht angepasst. Bei mir gibt es da ein ganz gutes Beispiel. Ich habe euch jetzt zum Beispiel häufiger in letzter Zeit den Lawine-Mage vorgestellt, den ich auch weiter verbessert habe mit mehreren Casts. Ich hatte dann zwei Casts von Lawine, die beide mehr Schaden gemacht haben. Denn jetzt auf Level 90 plus 95 habe ich aber so viel Mana-Regeneration, dass ich einfach immer genug Mana habe und jetzt zersplittern genommen habe. Ihr solltet also regelmäßig mal gucken, welche Talente habt ihr irgendwann mal genommen, um irgendeinen Missstand zu kompensieren bei eurem Charakter. Irgendwelche Mana-Talente. Bei mir ganz klassisch hier Mana-Kostenreduktion hatte ich früher geskillt. Oder hier Mana-Regeneration, das brauche ich alles nicht mehr. Konnte ich jetzt alles zum Beispiel in meinem Fall in die verschlingende Feuersprunst packen und so jetzt deutlich mehr Schaden machen. Einfach weil ich ganz andere Probleme nicht mehr habe. Behaltet also diese Progression im Hinterkopf, die ihr durch das Equipment habt, über die Breakpoints. Dazu dann auch später vielleicht noch bei den Items ein bisschen mehr. Und wie sich das auf das Gesamtprodukt auswirkt. Es gibt nämlich kein absolutes Richtig bei Diablo 4, zumindest nicht vor Level 100 mit perfekten Items. Denn jeder Charakter hat so seine eigenen Stärken und Schwächen. Ihr habt eben Pech oder Glück mit den Items und müsst dann gewisse Missstände kompensieren. So ist es nun mal. Das ist vielleicht noch auch ziemlich wichtig. Ja, Fehler Nummer 5, den viele machen, ist es nicht neu zu rollen. Und zwar hier beim Okkultisten. Kennt ihr ja sicherlich alle, sobald ihr im Endgame seid sowieso, aber eigentlich auch schon sehr, sehr früh. Gegenstand verzaubern. Das ist das A und O. Ihr könnt eben neue Perks, neue Affixe hier auf Items rollen und so euren Charakter nochmal deutlich verbessern. Und da müsste natürlich immer was Gutes drauf sein. Das ist ganz klar in meinem Fall zum Beispiel Abklingzeitreduktion. Hier habe ich zum Beispiel auch einen ziemlich interessanten neuen Ring mit kritischem Trefferschaden, Schaden gegen verwundbare Ziele. Das sind schon mal zwei multiplikative Faktoren. Und an letzter Stelle könnte ich dann eben was wegrollen, was nicht so gut passt. Krit-Chance habe ich zum Beispiel eigentlich genug, wobei ich sagen muss, verlangsamte Gegner, ja, das ist jetzt nicht so der Knüller. Rollen wir nochmal eine Runde neu. Nochmal Krit-Chance, Gegner in der Nähe. 10% Ressourcenerzeugung. Nehmen wir das mal mit. Das war jetzt ziemlich teuer, aber dieser Ring ist jetzt deutlich besser als vorher. Barriereerzeugung ist jetzt kein Traum, aber wir haben schon einiges Gutes drauf. Das Neurollen ist also immer super wichtig. Ja, was ich übrigens gar nicht erwähnt habe, aber wovon ich ausgehe, ist, dass ihr die grundsätzlichen Stats eures Charakters kennt. Wenn Zauberer zum Beispiel brauchen Intelligenz, Geschick gilt dann eher für Jäger und Stärke für Barbaren. So viel ist, glaube ich, ziemlich klar. Fehler Nummer 6. Ihr habt die Items nicht aufgewertet. Und das bezieht sich zum einen natürlich auf Sockel, die super wichtig sind für Gegenstände, aber auch auf das Verbessern von grundsätzlichen Gegenständen. Denn es gibt ja Breakpoints. Und die interessantesten Breakpoints sind ja 625, 725 und dann nochmal auf niedrigeren Leveln sowieso. Es wird gesagt, dass es noch einen höheren Breakpoint gäbe. Den habe ich allerdings noch nicht gefunden. Angeblich ist er so bei 825, 820 um den Dreh. Vielleicht habt ihr ja in den Kommentaren da nochmal ein paar handfeste Infos zu. Ich werde jetzt auf jeden Fall diesen Ring hier aufwerten. Der ist allerdings schon über dem entscheidenden Breakpoint. Und in jedem Fall lohnt es sich ungemein, das Ganze hier aufzuwerten. Ihr seht ja, wie die Stats hochgehen. Und so habe ich jetzt hier 30% Crit-Schaden, 30% verwundbare Ziele und 15% Ressourcen-Erzeugung. Und der ist deutlich besser jetzt als der hier. Ein bisschen weniger Crit-Chance, aber ich habe eh die ganze Zeit nur Crits. Ich werde den jetzt mal austesten. So, die passende Verzauberung fehlt noch. Da heißt, ich bauche Mana rein. Mana beim Usen von Cooldowns. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen können. Und damit werde ich mich jetzt beschäftigen. Um meinen Charakter nochmal ein bisschen besser zu machen. Also, falls ihr jetzt stuck seid auf WT2, WT3, warum auch immer ihr nicht auf WT4 kommt. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen weiterhelfen, damit ihr jetzt wisst. Okay, das kann ich ändern an meinem Charakter. Diese Möglichkeiten habe ich. Auch möglich wäre, dass ihr vielleicht noch die passenden Verbrauchsgegenstände benutzt. Vor allem ein Räucherwerk. Das gibt nochmal einen kleinen Boost. Und passende Tränke. Zum Beispiel Glückstreffer-Chance, Crit-Damage. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Sachen. Richtig gute Tränke kriegt ihr übrigens bei der Höllenflut. Das heißt, die zu machen, empfehle ich euch eh sowieso. Schaut euch dazu gerne nochmal meine Höllenflut-Guides an. Ja, und wenn ihr mich supporten wollt, meine Arbeit hier auf dem Kanal, dann würde ich mich wunderbar freuen, wenn ihr in den Link in der Beschreibung reinschneit und mich supportet über Eneba.com. Falls ihr zum Beispiel PSN-Guthaben braucht. Das gibt es da. Das ist da der All-Time-Classic. Da gibt es aber auch Games wie zum Beispiel Elden Ring für 30 Euro. City Skylines, eins meiner Lieblingsspiele überhaupt für 5,85 Euro. iTunes-Karten und, und, und. Exoprimal müsst ihr einfach mal reinschneiden. Diablo habt ihr ja wahrscheinlich eh, wenn ihr hier so lange schon am Start seid und die Videos guckt. Vielen, vielen Dank dafür übrigens. Also gerne den ersten Link in der Beschreibung nutzen, damit Eneba auch weiß, dass ihr von mir kommt. So könnt ihr meine Arbeit supporten, wenn ihr darauf Bock habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass ihr in nächster Zeit sehr viel besser werdet, in Diablo 4 auf die nächsten Voltiers kommt und ordentlich abräumt. Ich bedanke mich nochmal fürs Einschalten und sage Tschau, euer Vau. Und natürlich hier die Glocke nochmal. Legendär aktivieren, das wäre zauberhaft. Macht's gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017